Hallo Leute, was geht? Ich habe eine ganz neue Folge von der YouTuber-Insel 3! Leute, heute ist es so weit. Ich muss jetzt irgendwie schaffen, dass wir den bestimmten YouTuber hier reinkriegen, Leute. Und das werden wir 100% schaffen. Es ist nämlich was passiert, Leute. Ganz Schlimmes. Ich habe irgendwie gerade gehört, es wurde richtig krass gesprengt oder so. Bei Crymax's neuen Gebäude, da hat er irgendwas gebaut und da wollte ich gerade ein Video machen, glaube ich, wie der das zeigt. Und das wurde frisch gesprengt, Leute. Ich glaube, das ist gerade passiert oder so. Deswegen wird jetzt alles hier komplett krass durchgesucht. Wir versuchen herauszufinden, wer der Täter war. Und Leute, ich glaube, ich weiß, wer der Täter war. Ich war das nicht auf jeden Fall. Ich war das nicht. Aber ich weiß, wer der Täter ist, Leute. Ich weiß zu 100%. Ich glaube, das war nämlich in dem Gebäude. Ich glaube, da wurde er irgendwo gesprengt oder so bei Max. Gerade nur, wie wir die hier hinlocken können oder so. Soll ich ihm vielleicht schreiben oder so? Da vorne habe ich gerade irgendjemanden rumlaufen gesehen. Komm schon! Wir dürfen jetzt nicht zu auffällig sein, Leute. Ich glaube, ich muss ihm einfach schreiben, dass ich gesehen habe, wer das war. Schreibt ihm, ich weiß, wer das war. Mal gucken, Leute, weil vielleicht weiß doch gar nicht jeder Bescheid, Leute. Aber ich habe davon mitbekommen, weil ich da mit drin stecke, Leute. Also ich war es nicht direkt, wirklich nicht. Aber es war ein sehr guter Kollege von mir. Ich mag jetzt nur, ob der... Wie? Was weißt du? Ich habe mitbekommen von der Sprengung bei Aquimax. Ich glaube, das kann doch gar nicht jeder wissen, Leute. Aber ich habe die Insider-News. Ich habe die Insider-News. Komm, wir reden. Wo bist du? Das ist ein Polizist. Vielleicht denkt das einfach nur ein Polizeieinsatz. Ein ganz normaler. Ich bin bei IT Islands. Ich kann auch zu dir kommen. Leute, ich hoffe, der denkt nicht, dass es eine Falle ist oder so. Oh, nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Ich bin da. Ich schreibe erst da. Let's go. Wo ist der? Der L.D. Der L.D. Wo ist der denn? Irgendwo ist der so riesig. Ist gerade noch eingefallen, Leute. Ich muss ganz schnell, ganz schnell. Boah, ich habe ja noch gar kein Bett unten. Das ist gar nicht gut, Leute. Hat IT noch irgendwo ein Bett? Ja, ein Pink ist aber... Oh, nein. Aber man kann nicht so sagen, die Farbe war pink. Ich glaube, IT war das. So, Leute, wir müssen den eh einfach nur dahin bringen. Und dann haben wir es eigentlich geschafft. Oh, nein, der Weifel sind auf dem Server online. Ich hoffe, hier läuft keiner rum. So, wo ist denn jetzt der Energy? Der braucht schon richtig lange. Ah! Hä? Ähm, Eile! Was hast du da oben genommen? Was hast du da oben genommen? Nichts, Eile, ich muss weiter. Bitte, 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 bitte. Ich muss kurz was lösen. Ich komme gleich, ich komme gleich, Eile. Polizei, Polizei! Aha. Na, wie geht's dir, Alfie? Ich hab's gesehen mit der Sprengung. Ich weiß, wer das war. Woher weißt du das erstmal? Bevor du weiterredest, Alfie. Guck mal, guck mich an, ja? Ich hab nur eine Eisenrüstung an. Ich hab sonst verzauberte Rüstung. Ich habe verzauberte Schwerter. Ich hab alles nicht mitgenommen, weil ich dir vertraue, Alfie, ja? Du vertraust mir. Bro, ich hab... Ich weiß nicht, viele Menschen sagen, dass du dir... Dann lass mich ausreden. Ja, geil! Nicht viele Leute sagen, dass ich dir vertrauen soll. Aber ich vertraue dir. Also, wer hat das gesprengt? Das kann ich dir sagen, aber dafür musst du dir erst die Beweise zeigen. Und für gestern will ich mich noch mal entschuldigen bei dir. Ja, okay. Hier, weil ich so gemein zu dir war, weil ich dich angegriffen hab. Ein dir. Ja, viele haben es nicht mitbekommen, Leute, weil ich es rausgeschnitten habe. Weil ich das so asozial fand, was du gemacht hast. Das hast du dir mal im Video erwähnt, Alter. Ich war auf jeden Fall sehr gemein zu dir. Deswegen... Ich wollte... Entschuldigung. Aber ich hab den Beweis. Folg mir. Ich hab nämlich gesehen... Du weißt, nicht jeder hat davon mitbekommen, aber ich hab davon mitbekommen, weil die Person bei mir angegeben hat. Sie hat angegeben. Sie hat gesagt, ich hab gesprengt bei dem Mann. Nein. Ich kann dir genau sagen, wer das war. Du kennst den Namen? Ja, und ich weiß auch genau, wo der das gemacht hat. Bro, diese Person wird aber leider nicht mehr frei sein, wenn du mir das sagst. Aber ich muss dir doch sagen, ich war gut mit der Person. Aber ich hab davon jetzt mitbekommen. Ich hab davon mitbekommen. Und deswegen... Ich will es dir jetzt sagen. Ich will mich stellen. Ich bin nicht ganz schuldig. Aber ich weiß nicht, wer es war. Ich hätte es verhindern können. Alfie, hast du was damit zu tun gehabt? Also hast du auch die Person... Hast du sozusagen... Die Person getötet mit... Also nicht getötet. Hast du auch mit den Plan gemacht? Was? Hast du den Plan gemacht? Nein. Nein. Ich... Das war nicht mein Plan. Ich wurde nur informiert. Okay, Alfie, also... Ich werde dir beichten, wer das war. Und zwar... Und zwar... Hab ich einmal hier unten... Hier geht's nach unten. Hier hab ich... Nämlich die geheime Base von denen gefunden. Und hier hat er eine Kiste drin mit einem Buch. Was? Ja. Da hat er alles reingeschrieben, wie der das geplant. Wie der... Wie der Bett, oder was? Ja. Du hast ein Bett. Das ist nämlich... Deiner G. Hahaha. Bro, du hast gerade gesagt, das ist keine Dir-Rüstung dabei, oder? Äh, äh, äh... W-w-was soll das denn jetzt? Deiner G. Rechts klickt das Bett. Rechts klickt das Bett jetzt. Nein, aber... Oh mein... Rechts klicken! Warum mach ich das auch, ich Idiot? Warum mach ich das, Idiot? Was soll das jetzt, Alfie? Ich muss hier raus! Deiner G. Warte! Hör auf, hör auf, hör auf! Weißt du noch, in den ersten Folgen mit der Vife... Ihr habt mich einfach besiegt! Und ihr habt mir meine Items weggenommen! Oh! Oh, ähm... Was soll das? Deiner G. Geh mir meine Sache zurück jetzt. Deiner G. Alfie! Was willst du hier? Warum... Warum... Wo ist denn... Du hast gesagt, ich soll dir... Guck mal, ich hab dir gerade vertraut, Alter! Hehehehe... Deiner G. Was machst du? Du hast mir die Falschen angelegt! Lass mich raus, Alter! Du hast mir alle meine Items weggenommen! Ohne Weif hatte ich sie nie wieder zurückbekommen! Ey, es waren doch nur Steine, Alter! Bist du dir sicher, dass es nur Steine waren? Es waren nicht nur Steine, Mann! Aber wir haben das doch schon geregelt, Alfie! Hör auf, Alter! Was ist dein Problem? Kennst du wirklich die Person, die das gesprengt hat? Ja! Die hat mir auch einen Auftrag gegeben, dich zu besiegen! Hahaha! Ja! Was ist denn so gegen mich, ha? Ich weiß es nicht! Warum? Ich musste Schmocki selber fragen! Äh, durfte ich den Namen sagen? Ähm... Äh... Ähm... Du hast nichts gehört! Leute, er hat gerade den Namen gesagt! Es war nicht Schmocki! Vergiss es! Ah! Hör auf, mich zu töten, Alter! Bitte, Alfie! Ich hab so viel Tode schon! Hast du irgendwelche Items? Nein, hab ich nicht! Ich hatte gar nichts dabei! Zum Glück, Alter! Diesmal hab ich echt... Ah! Warte, ich muss was testen! Nein! Es funktioniert! Ja! Niemand! Es funktioniert! Ja! Es funktioniert! Die 100-G-Falle! Ja! Was soll das? Anders! Alter, auf die Falle funktioniert, Tenet. Ich hab ihr nämlich gedacht. Ich geh ins Hauptminü, Alter. Hör auf damit. Sag du das nicht. Hey, Alif, wie bitte? Okay, was geht denn? Ich kann dir alles dafür geben. Bitte hör auf. Meine Tode geht zu hoch, Alter. Ich bin nicht der erste YouTuber mit den 100 Kills sein. Du musst es sein. Schmocki hat bezahlt. Du bist dran. Ja. Hör auf. Oha, das war so OP. Das hatte ich niemals gedacht, Bro. Du sponst jedes Mal in der Lave. Hör auf damit. Tut's gut? Du kannst nichts mehr machen. Du müsstest jetzt erstens Obsidian abbauen. Lass es. Das ist zu wenig. Hör auf. Sag du das nicht. So, Leute, wir lassen den jetzt einfach mal da drin. Alter, was für ihn tut. Ey, Leute. Nein, nein. Ich wollte sowas ganz flachen hier auf die YouTuber-Insel. Oh, nein. Leute, das ist doch ein krass Comeback. Dafür ein Like da lassen. Und abonnieren nicht vergessen, um die weiteren YouTuber-Inselfolgen nicht zu verpassen. Ja. Die 100 Kills funktioniert. Ich kann nichts machen. Warte. Leute, nicht ausloggen, okay? Ich darf mich nicht. Ich will mich ausloggen. Aber? Ich werde dir rauskommen. Ich werde dich ins Hauptmnie wie ein Feigling abhauen, Alter. Du bist nur eine Lachnummer. Du bist eine Lachnummer. Du bist eine Lachnummer. Du bist eine Lachnummer. Warum hast du die ganze Sau auf mich? Was habe ich dir getan? Du warst richtig frech zu mir mit Lukas. Alter, was? Du hast es verdient, Alter. Weil du jedes Mal böse bist, Alter. Und was ist das? Das ist jedes Mal. Ich kann nicht erst einen Haken. Jedes Mal. Ich habe so viele schlechte Sachen. Ich war allen Helden, nennst du dir. Ich habe dir vertraut, Alter. Ich habe dir vertraut. Und du hörst auf die anderen. Du hörst immer auf die anderen. Leute, ich kann doch seinen eigenen Weg gehen. Du denkst dich auch ab, hä? Ich werde nicht. Energy. Ich bin egal, auch wenn ich 1.000 Tote habe. Wie läuft der jetzt schon? 43 jetzt. Leute, was soll ich machen? 43. 44. Es ist wie scharfe Zählen. Was ist mein Spaß? Leute, das ist so krass. Ich werde das durchgehen bis 100. Das bringt nichts. Das wird keiner verhindern können. Energy. Bitte, bitte. Okay, lass. Okay, guck mal. Wo sind deine DS? Wirst du hier campen, wenn ich ins Hauptmüner gehe? Sag ehrlich. Wo sind deine DS? Ich habe keine DS. Ich werde nie wieder abhauen bis zu 100 Killtests. Ich werde keiner retten. Komm, Energy. Du hast selber bei allen verkackt, Bro. Du hast verkackt. Du hast mit jedem angelegt. Du warst sehr frech. Komm zu. Niemand wird kommen, Energy. Niemand wird kommen, um dich zu retten. Nur ich kann dich retten. Ey, Mann. Alfie, hör auf. Sag nur, wo deine DS sind. Alle. Hör auf, Alfie. Jetzt reicht. Du hast schon 52. Es reicht doch jetzt, Alter. Wir können es doch weiterlaufen lassen. Nein. Verstehen, wo deine DS sind. Ich habe keine DS. Okay, du bist ein guter Lüge, ne? Du kannst vielleicht andere anlügen, aber nicht mich. Mich lügst du nicht an. Leute, wie krass das ist. Ich gehe ins Hauptmüner. Ich gehe ins Hauptmüner jetzt, ne? Mach, kein Problem. Kein Problem. Ich werde hier warten. Bitte lass es. Mach bitte einmal Wasser rüber, bitte. Es gehört kein Zeichen. Bro, reicht doch jetzt. Oh. Ey. Alfie, hör mir mal zu jetzt, ja? Hä? Hör mir mal zu jetzt, Alfie. Wenn ich hier rausgeme... Ich bin Paulberger... Was? Ich bin Paulberger Offizier, ja? Ich bin Paulberger Offizier. Vernergst du, Paulberger. Du musst zu Ice Island. Kommst du zu Ice Island oder nicht? Gehört Ice Island zu euch, oder was? Na, äh, nein. Was hat das für ein Schmocki jetzt auf sich? Sag es mir. Äh, ich habe mich versprochen. Ich habe mich versprochen. Warum will er mich tot sehen? Sag es mir. Ich habe mich versprochen. Das war nicht Schmocki. Ich meine, das war Ice. 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 Warum will Ice mich dann tot sehen? Oh, oh, oh. Ich habe noch Lava einmal. Gott, die Fackel. Nein, 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 nein. Oh, Leute. Der Kopf ist da gespawn. Das ist gar nicht gut. Oh Gott, ich kann raus. Hör auf. Hör auf. Lass das. Ich kann sein Spawnpoint kaputt machen, wenn er da eine Fackel hin platziert. Sehr gefährlich. Oh, okay. Ich habe die Fackel. Du kommst da nicht raus. Nein, nein, nein. Du darfst die Fackel nicht haben. Ich muss die aufsammeln. Wo ist der? Er packt dich raus. Er packt dich raus. Ah. Ja. Nein. Okay, ich muss hier spawnen. Sehr wichtig. Mann, Alter. Ist reich. So. Jetzt ein Grab abbauen. Jetzt siehst du alle, dass du mich ganz... Jetzt wissen alle, dass du mich ganz dann umbringst. Er hat die Fackel wieder. Das ist nicht gut, weil er sich bei seinem Spawnpoint platziert. Oh, mein Gott. Dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem. Du musst die Fackel kriegen. Okay, ich habe die Fackel. Ich habe die Fackel. Alfie. Oh, was denn? Es reicht jetzt. Ah, gib mir die Fackel jetzt. Nein, nein, nein. Ihr darfst die nicht dahin platzieren. Das wird ja dann nicht mehr wieder spawnen. Musst du die selber holen. Bin ich die? Ja, ich habe die. Er ist rausgekommen. Wo willst du hin? Auf! Geh doch offline, Bro. Das ist kein Problem. Ich werde hier warten. Du hast gleich die 100. Ich gehe doch offline. Mir egal. Mach doch. Du hast offline gegangen. Nein! Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Was mache ich jetzt? Okay, ich kann hier einfach warten. Aber ich werde so lange campen, bis er wiederkommt, Leute. Das ist mir egal. Ich werde hier warten. Aber es kann jetzt sein, Leute, dass er einfach seine Kumpel zurück... Oh, oh. Dann hätte ich ein Problem, Leute. Sag ich ehrlich. Hey! Da bist du ja wieder! Bro! Alter, Alfie. Wirklich. Ich habe keine Zeit. Warum machst du das? Du musst dir 100... Du bist erzielt, wenn man die 100 Kills knacken muss. Wenn dein Dude-Energy, da sehe ich dich. Du bist dafür perfekt gemacht. Wirklich. Du bist dafür gemacht. Warte, bitte, warte. Lass mich einmal reden. Okay, okay. Du darfst reden. Du darfst reden. Ich will mich einfach nur einfach kurz erklären. Ich habe dir nichts getan. Ich wollte dir am Anfang nicht... Du warst nicht recht zu mir. Es war all die Wifes schuld. Du warst recht zu mir. Sag Entschuldigung. Bitte, bitte, lass sie mich. Sag Entschuldigung. Es tut mir leid. Entschuldigung, Alfie. Bitte. So, ich ziehe deine Rüstung ein. Warte. Was? Weil du machst meiner zu viel Schaden. Ist gar nicht gut, Leute. Nein, guck mal, meine Diarrüstung. Ich lebe die jetzt von unten. Du hast meine Diarrüste kaputt gemacht. Du hast meine Diarrüste kaputt gemacht. Warum? Er geht wieder offline. Nein. Leute, ich werde die Lerber lassen, Leute. Jedes Mal, wenn er sich einloggt, wird er transporten. Da kommt er nicht raus, Leute. Ich kann es sogar noch oben zumachen, dass er mich gar nicht mehr sieht. Warte, habe ich überhaupt noch genug Obsidianer für den Einen noch eins? Aber er könnte hier eigentlich eh nichts mehr machen. Ich muss eigentlich noch das hier zumachen. Und dann ist er die ganze Zeit da drin gefangen. Oh, aber ich habe das Gefühl, der ist gerade schon ein bisschen länger weg, Leute. Hä? Ich hoffe, der holt jetzt niemanden. Oh, oh. Vielleicht geht den Discord oder so. Oh nein, das ist ja gar nicht gut. Okay, Leute, dann muss ich eigentlich sofort wieder die Rüstung anziehen. Weil wenn gleich einer kommt, dann habe ich ein Problem. Wenn gleich einer kommt, dann habe ich ein Riesenproblem. Was, wenn ich aber in meine Falle reinfalle, Leute? Oh nein. Das wäre gar nicht gut, hä? Gar nicht gut, hä? Ich habe einen Bogen, aber keine Pfeile. Ähm, was machen wir jetzt? Ich will, dass du auf jeden Fall die 100 Kills schaffst. Hey, Bro! Alter, du bist immer noch und ich bringe immer noch. Hey, Luba! Ich werde hier nie wieder weggehen. Ich warte so lange, bis du die 100 hast. Warum wartest du 20 Minuten weg? Warum wartest du? Ich werde warten, bis du die 100 hast. 100 ist okay. Es fehlt nur noch, nur noch, nur noch 20. Will er keine Hilfe holen oder so? Ich hasse dich, Alfie. Alfie, du wirst doch besterben, ich sag's dir. Ich werde dich in das Dunkste wirklich zu lassen. Aferkalt! Aferkalt! Ich war doch damals eiferklein! Du hast mich verraten! Du hast mich verraten! Ich bin enttäuscht von dir! Du hast mich verraten! Du bist ein Verröte! Ist das dein Ernst? Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr, Alter! Geh doch lieber offline, du kriegst so viel... Alfie, es reicht doch! Du verlierst zu viel! Du verlierst zu viel! Ich würde lieber offline gehen. Ich glaube, gleich wird Hilfe kommen, Leute. Ich muss mich schon mal bereit, mich abzuhauen. Ich muss hier schon mal einen Fluchtweg bauen. Es gibt ja nur diesen einen Weg hier. Das ist gleich... Die ganze Zeit drauf. Oh, Manni, oh, Manni. Das hast du davon! Du wirst eigentlich nicht einstellen! Guck mal, nur noch sieben Kids. Bitte lass mich einfach jetzt in Ruhe, bitte. Zehn, neun, acht, sieben... Sechs... Ich muss dir die Koordinaten saufen. Ich muss das Luca schicken. Fünf... Äh, sechs wieder! Oh nein, Luca ist online. Fünf... Vier... Sagt, dass er eigentlich nicht einstellen wird als Polizist! Ich werde eigentlich... Ich will eigentlich nicht als Polizist! Er wird nicht schaden, Alter! Der Rack der Polizist! Der Rack der Polizist! Drei... Zwei... Es fehlen nur noch zwei! Zwei... Einer durch! Der Rack der Polizist! Den letzten hole ich mir selber! Den letzten hole ich mir selber! Nein, das ist einfach offline! Das darf doch nicht wahr sein! Egal, Leute. Leute, ich baue das hier lieber nochmal zu, sobald du erspawnt, dass du den Hunderten noch kriegst, dann lasst keinem niemand mehr stoppen, Leute! So, let's go nach oben! Tode! Hä? Yes, Bruder! Hey! Was geht's? Lucas, Bro, wie geht's? Weißt du, was mit Energy ist? Mit Energy? Ich glaube, der wird in der Polizeistation gerade gespawnt wird. Ja, lass mal gucken, geht's schnell! Bro, er hat 99 Tode. Das geht nicht, das geht nicht, das ist voll krass, aber das gab's doch nie! Das ist voll gefährlich! Was ist das gottlos? Irgendwer... Weißt du, ob der irgendjemanden eingesperrt hat? Was war denn eigentlich so gut, Lucas? Wir sind gar nichts gut, Bro. Warum... Ähm... Ja, ja, ich habe auf jeden Fall gesehen, er hat gestresst mit ein paar Leuten und so. Mit wem, mit wem, mit wem? Sag mal mit wem. Ähm, ich will keinen Namen droppen, Bro. Ich kann dir nicht sagen, wer... Bro, ich muss schnell dahin gehen. Wohin? Ja, zur Polizeistation. Ich glaube, da habe ich den nicht gesehen, ich habe den schon gesucht. Hä, Leute, hat er nicht gesehen und gestellt, dass ich das war? Hat er nicht gesehen, dass von mir gekillt wurde? Das war ich ja auch ab und zu. Hallo? Lukas? Was machst du hier? Hallo! Hä, von Rettabend? Oh nein, vom neuen Polizisten Timmy. Von Timmy? Ja, warum ist einfach... Bro, okay. Egal, egal. Oh, warte. Ich glaube, ich weiß wo. Das... Ähm, MBK, sag nichts Falsches. Sag nichts Falsches, Bro. Hä? Hä, warum hast du hier... Alphi? Du hast nichts in Ch... ... gesehen. Hallo? Wo ist... Äh... Hä, weißt du irgendwas? Ich muss schnell weg. Weißt du irgendwas? Äh, weißt du, wo der Energy ist? Nein, ich weiß nicht. Nein. Tschüss! Lukas weiß wirklich nicht, wo der Energy ist. Let's go, Leute. Das ist perfekt. Was, ob man nicht denkt, dass ich das bin? Hat das im Chat nicht gesehen? Weil, MBK hat doch allein im Chat gesehen, dass ich den ab und zu auch mal besiegt habe. Du musst dich eigentlich nur einmal verraten. Dann wüsste er, dass ich das war. Oh, oh. Fliegen lieber schnell weg, bevor sich der Energy wieder einlockt. Schnell, schnell, schnell! Er muss die 100 Kills vollkriegen, Leute. Nur noch einer fehlt. 99. Let's go. Wer hat der Energy gekillt? Hä? Sagt ihm MBK das nicht? Warum nicht? Das ist ja voll korrekt von MBK. Der hätte es auch einfach sagen können. Leute, das ist richtig nett von denen. Tridan weiß es doch auch. Oder nicht? Hä? Hatten die alle für mich da, Leute? Hatten die sich im Chat gesehen? Leute, das ist richtig nett. Das ist richtig nett. So, aber wenn er sich auf jeden Fall jetzt hier einlockt, Leute. Ich weiß, was er kommt. Dann hat er die 100 voll. Was hat er davon? Erstens, weil er eins einstellen will. Und zweitens, weil er so frech zu mir war. Haben wir alles weggenommen. Hat er das voll gesehen, Leute, mit Lukas? Er hat die Sachen angebaut. Nicht Lukas. Lukas wollte die Items gar nicht. Das war DENERG. Äh, Blaze, weißt du, wo DENERG ist? Warte, keinen Helm an. Oh, oh. Ich höre Lukas da oben. Oh, oh. Ja, okay. Ja, Bro, ganz kurz. Weißt du, wo DENERG ist? Oh, 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 Leute. Lukas darf nicht den Raum hier finden. Boah, er hat 99 Tote. Irgendjemand ist den Gott los am Spawn-Trippen. Oh mein Gott. Leute. Boah, das ist so ehrenlos. Mann, da kannst du ja mitkommen. Ich muss kurz hinten mal rausgucken. Ähm, ich muss mal kurz hier oben zumachen. Das sieht so aus, als wäre hier nix. Du hast eine Karotte. Das haben wir... Oh, oh. Eine Karotte. Somit eine Karotte gedroppt. Nice. Lukas darf das auf jeden Fall hier nicht finden. DENERG ist auch online gekommen. Was hat er Angst vor den hundertsten Killen? Wie lange muss ich jetzt fahren? Dann kommt der. So, Leute, was soll das? Nur Angst, wenn gleich Lukas weiß, dass das hier ist und wer hier runterkommt. Dann ist es vorbei für mich, Leute. Dann ist es vorbei für mich. Goldapfel kann ich schon mal in die Hand nehmen. Wir müssen eigentlich schon mal einen Fluchtweg bauen, Leute, dass ich hier schnell abhauen kann im Notfall. Dass es sehr wahrscheinlich antreffen wird. So, Leute, ich habe eine Idee, wie ich das mache. Ich werde hier oben kurz vorm Ende Wasser platzieren. Dann kann ich einfach hier hochschwimmen. Dann kriegt mich keiner. Es ist ganz so dunkel, Leute. So, jetzt helle. Da kommt Boden, Leute. Let's go. Okay, und hier platze ich dann Wasser hin. Dann kann ich mich hier einfach schnell wieder hochbauen. Falls ich den Fluchtplan hier aktivieren muss, muss auf jeden Fall abgesichert sein. Okay, Leute. So, schnell nach unten. Nein, ich kriege es schon. Nein, nein, nein. Au, 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 au. Die Lava, die Lava, die Lava. Oh, die Zunge ist nicht runtergeflossen. Sonst werde ich k.o., Leute. So. Sieht doch nicht auffällig aus. Doch, noch sieht es auffällig aus. Ich mache noch ein bisschen zu. Zack, zack. So, und jetzt weiß keiner, dass da mein Fluchtweg ist. Sehr gut. Da werde ich abhauen. Falls irgendeiner von hier kommt. Und dann werde ich auch nicht meine Items verlieren. Ja. So, hoffentlich. Okay, ich werde jetzt die ganze Zeit warten, bis deine Tür wiederkommt. Deswegen, lass den Lack. Dann lass den Abo, wenn ihr den nächsten Folgen nicht verpasst. Schuppe da noch vorbei, dann will ich sagen. Ja. Tschüss. 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 Das war's für heute.